Hallo, ich bin Philipp Coteau und ich unterrichte hier Fagott an der Musikschule Merzburg. Das Fagott kann nicht nur tief spielen, sondern auch sehr hoch. Scheint dir das normale Fagott zu groß für dich, dann wäre das Kinderinstrument genau richtig für dich. Wenn du jetzt Fagott lernen möchtest, dann besuch mich doch in der Musikschule Merzburg. Ich freue mich auf dich.